Willkommen bei Talk Concrete, dem Netzwerk für den innovativen Beton. Heute zu Gast ist bei uns Friedrich Klein von der Firma Knecht in Metzingen. Er ist der Prokurist. Knecht ist einer der führenden Systemkelleranbieter in Deutschland und unser Thema ist heute der Keller. Ein altes Thema, das aber neu gespielt wird. Wir haben Flächenfraß, wir haben Flächenverbrauch, wir haben viel Wohnbedarf, aber wir sollen uns nicht zersiedeln. Das ist die Grundfrage. Herr Klein, wie ist der Keller heute aus Ihrer Sicht von den Kunden nachgefragt? Also es gibt nach wie vor eine interessante Nachfrage nach Kellern. Es macht ja auch Sinn, insbesondere in Warnungsräumen, wo die Quadratmeterkosten für das Grundstück sehr hoch sind. Und Sie kriegen auf dem gleichen Grundstück, auf dem gleichen Platz beim Keller, beim Einfamilienhaus, einfach ein Drittel mehr Haus. Ja, schöne Sache. Ein Thema, das auch immer gefragt wird, ist das Thema Wasser, Grundwasser im Keller. Sie bieten das Ganze im Keller mit vorgefertigten Betonbauteilen an. Wie sieht da die Lösung aus? Also es ist überhaupt kein Problem, einen Keller im Bereich Grundwasser oder ähnliches zu bauen. Die Herstellung von weißen Wannen mit Fertigteilen ist eine mittlerweile altbewährte Bauweise. Sie ist sicher, sie funktioniert und wird für uns seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt. Wir haben mehrere Tausende Werkteilsumme gebaut und wir wissen, es klappt. Es gibt mittlerweile auch Vorschriftenwerke, die diese Bauweise sogar beschreiben. Also ist der Keller heute Wohnraum, Arbeitsraum, hochwertiger Raum, der auch, sage ich mal, im Klimawandel vielleicht eine kleine Zuflucht im Kühlen bietet? Ja, also die Keller werden heute anders genutzt. Die klassische Umbewahrung von Kartoffeln findet nicht mehr statt. Mindestens 95 Prozent unserer derzeit gebauten Keller haben wir eine Wärmedimmung. Welche Räume sind vielleicht zunächst nicht für den Wohnraum gedacht, aber zu einem späteren Zeitpunkt, das wissen wir von vielen Kunden, werden die Räume im Keller genutzt für Kinder, für Party oder auch für einen echten Wohnraum. Vielen Dank, Herr Klein. Wenn Sie mehr erfahren wollen darüber, gibt es die Initiative prokeller.de. Informieren Sie sich, wo Sie auch alle Vorteile auch sehen, dass sich ein Keller rechnet und weniger kostet, als viele denken. Vielen Dank bei Talk Concrete.